Unterhalb des Lippesees bei Sande sind umfangreiche Renaturierungen zur Umgestaltung der Lippe geplant. Ihr Verlauf wurde hier früher begradigt. Sie ist schmal und seit Jahrzehnten tief in die Landschaft eingeschnitten. Ihre Ufer sind mit Steinen befestigt und vollständig festgelegt. Unter Wasser zeigt sich ein monotones Bild. Das soll sich jetzt ändern. Alte Karten von 1830 und früher dokumentieren die damaligen Verläufe der Lippe. Heute kaum vorstellbar, war diese bis zu 650 Meter breit und stark ausufernd. Dieser weite Raum steht für die Planungen heute wegen Bebauung, Straßen, Abgrabungen und landwirtschaftlicher Nutzung nicht mehr zur Verfügung. Nach langjährigen Verhandlungen bleibt für die Umgestaltung nur die hier grün gekennzeichnete Fläche übrig, die jetzt im Besitz des Landes ist. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben nicht mehr die große Fläche, die wir eigentlich bräuchten. Um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, darf es auch zu keinen negativen Auswirkungen auf Landwirte und umliegende Gebäude kommen. Aber kriegen wir denn eine ausreichend ökologische Entwicklung hin für das Gewässer auf dieser kleinen Fläche? Alte Flussverläufe lassen sich als Grundlage auf die heutigen Planungen übertragen. Es sollen umfangreiche Laufverlängerungen erfolgen und die Profile lediglich grob vorgegeben werden. Links und rechts keine Befestigungen mehr, sodass die Lippe sich das wieder frei entwickeln kann und das den Raum nehmen kann an der Stelle, den sie eben braucht. Die umfangreichen Planungen nehmen mehrere Jahre in Anspruch. Immer wieder tauchen Details auf, die Berücksichtigung finden müssen. Dazu tagen projektbegleitende Arbeitsgruppen. Ein Bodenordnungsverfahren muss durchgeführt werden. Am Ende steht ein fertiger Plan. Wir sind sehr froh, dass wir nach einer sehr langen Planungsphase mit vielen Schwierigkeiten, mit vielen Hindernissen, mit vielen Restriktionen, die wir beachten mussten, jetzt tatsächlich eine Planung gefunden haben, die es uns ermöglicht, die sehr komplexen Anforderungen auch in der Realität umzusetzen. Das ist immer ein Spagat zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was wir in der Wirklichkeit machen können. Dann erfolgen erste Schritte, den Plan in die Wirklichkeit vor Ort bei Sande zu übertragen. Der neue Lippeverlauf wird im Gelände markiert. Mit satellitengestützter Datentechnik können zentimetergenau Geländeprofile angezeigt und Eckdaten in der zukünftigen Flusslandschaft überprüft werden. Unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen erhält die Lippe hier die Chance auf ihr typisches Gesicht und faszinierende Entwicklungen.